Hallo Leute, heute ist der dritte, zweite 2015. Ich bin vor ungefähr vier Stunden aus der Klinik wiedergekommen, habe meine erste Chemo hinter mir gebracht, konnte die Nacht super schlafen, dank Hilfemittel, ist ja klar. Aber heute Morgen habe ich gedacht, mit dritten Pferd und mir war kotzübel irgendwie, aber eben nicht so übel, dass ich sagen könnte, ich muss mich übergeben. Schlapp, so ein Gefühl, als wenn man Metall, so Alu im Mund hat oder irgendwie so ganz komisch war das. Ja, nach Hause gekommen mit Taxi und bin erst mal tot umgefallen und vorhin wach geworden, deswegen trage ich jetzt schon wieder meinen Bordelmantel. Ja, muss man ja noch eine Spritze geben, zwei Tabletten, die Spritze soll wohl ein bisschen kacke sein, könnte ich mich scheiße nachfühlen. Naja, ich meine, da haben viele durchgemacht. Aber ich wollte euch bloß sagen, das könnte schlimmer sein, obwohl, naja, so prickeln fing das auch nicht. Also, ich melde mich morgen wieder. Soweit geht's mir halbwegs gut. Bis dann, bis morgen. Tschaui. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.